So, da wir Hausverbot im Saturn bekommen haben... Jo... Ähm... Hey, hey! Hey, hey! Setz' die Scheiße fort! Ja, da setzen wir hier eben die Scheiße fort. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Was wollten wir jetzt machen? Ringer Arnos, fahr'n'sch! Wir rufen an wegen einem 8-Miles. Das ist der Eminem Film, also... Ach so, das ist der Film. Ja. Arna Ringers! Ja, ich glaube noch. Seien Sie gegrüßt. Ich melde mich wegen Ihrer Ebay-Kleinanzeige, dem Film 8 Millet. Ja? Ist das gute Stück noch zu erwerben? Ja, das ist noch da. Also ich bin gerade einige Filme am reinstellen. Also da kommen noch sehr viele rein. Das ist absolut irrelevant. Ist dieser Film noch da? Ja, der ist da. Dürfte ich den mir aneignen gegen einen geringen Obolus? Einen Obolus. Hallo? Ja. Kann ich den erwerben? Zeitnah. Ja, natürlich, natürlich. Der ist noch da. Das ist in höchstem Maße erquickend. Nun können wir etwas mehr zur Kaufabhandlung schreiten. Ja. Ich bin mir unschlüssig, weil Sie scheinen mir nicht das zu wollen. Hallo? Frau Arnos? Frau Arnos? Ich bin ein bisschen. Acht Millen!